So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir sind nach wie vor auf dem Xenadon und ich habe mir überlegt, wir fahren noch eine Folge mit dem Silbenbus heute. Und zwar habe ich mich jetzt einfach hier zur Herbertstraße hin platziert. Wir fahren jetzt die Linie M19. Wo fahren wir überhaupt hin? Mehringdamm? Stimmt natürlich nicht. Wir fahren zum Wittenbergplatz. Ja, das ist ein bisschen verkürzt. Überm Kurfürstendamm. Ich habe schon richtig Angst, aber ja, mal sehen, wie es wird. Weiße Objekte nicht ausgeschlossen. So, wir haben noch ordentlich Zeit, seht ihr, ne? Also, ich habe mal eben versucht, ein bisschen rumzuexperimentieren, ob 019 stimmt oder ob man dann noch wieder für M irgendwas anderes eingeben muss. 19, Mehringdamm. Ja, für das M wird es wahrscheinlich auch noch irgendwie eine Zahl geben. Ich kenne das doch. Aber ich mache es jetzt einfach manuell. So. 12 Uhr 12. Stellen wir 12 Uhr 11 natürlich mal ein. Und dann lassen wir mal die Fallgäste rin, ne? Jo. Jo. Sehr freundlich die Leute heute, oder? Ja gut, wir sind in Berlin. Was willst du erwarten, ne? Aber trotzdem. Einen normalen Fahrschein. Einen normalen Fahrschein. 2,40 sind halt dann für sie. Bitteschön. Jo. Alles klar, danke. Guten Tag. Hallo. So, also. Ja, im Prinzip. Einmal Kudan, bitte, ne? Mehr ist es nicht. Nach wie vor. Ach hier, guck mal, jetzt haben wir hier auch wieder so ein Dings. Nicht schlecht. Wir fahren nach wie vor mit dem Klein-City-DD und dem Friedrich-Stadt-Palast-Repaint. Nicht verkehrt. Ja, bitte abfahren, weiß ich doch. Rathenau-Platz. Oh Gott, wir können da einfach mal voll ins Leere gucken. Nicht so schön. Und auch wenn wir jetzt mal links gucken. Ah, Backdrop. Nicht schön. Allerdings ist dieser Dorn auch 10 Euro günstiger als Gladbeck, ne? Darf man auch nicht vergessen. Trotzdem mit 25 Euro auch ein stolzer Preis. Dafür, dass man es ja nun wirklich einfach hat und hier Berlin nachstellt. Das heißt, du hast ja die Bürgersteige schon aus Spandau alle. Deswegen brauchst du keine Berliner Bürgersteige entwickeln. Das hast du ja bei Gladbeck. Ist das eben nicht so, ne? Da musst du halt die Bürgersteige entwickeln, die du halt dort eben hast. Im Ruhrgebiet. Hallo, hallo, hallo. So, rechts geht's zur Autobahn. Von dort kommen einige Fernbosse, die den zentralen Omnibusbahnhof anfahren. Dann hättet ihr eben am Kreisverkehr da abfahren müssen. Bei einer anderen Abfahrt eben, ne? Da geht's dann zum zentralen Omnibusbahnhof. Funkturm, Messe. Dort fährt der 104er lang. Hallo, Manfred. Jo. Tag, Manfred. Einen normalen Fahrschein. Einen Fahrschein. Passend, danke schön. Hallo. Hallo. Oh, Manfred musst du dich mit deinem fetten Arsch hier in den Weg stellen, ey. Mein Gott, immer die dicken, ne? So, rechts geht's ja zum Betriebshof, habt ihr gesehen, ne? Rechts fährt auch der 104er wieder lang. Und wir fahren auch noch eine Runde über den Kuhdamm. Und wir fahren auch noch eine Runde über den Kuhdamm. Kurfürstendamm, Joachim-Friedrich-Straße. Das wird die Kuhdamm-Voröge hier werden. Das Problem ist natürlich auch, wir halten an jeder Haltestelle hier. Wir können nicht einfach mal durchfahren. So wie der XC, ne? Oh, ihr seht ihr, dann müssen wir die ganzen scheiß Leute hier transportieren. So. Hallo. 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 Danke sehr, hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Guten Tag. Eine Fahrkarte. Zack, zack. Bitteschön. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine Karte für eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke, jo. Kannst du nochmal Danke sagen, ne? Ein Fahrschein. Du auch. Einmal Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke. Die brauche ich dir bloß austauschen. Bitteschön. Ich glaube, das Danke hat man entfernt, oder? Kann man ja im Ticketpack ordnen. Könnte ich das Danke einfach entfernen. Wäre wahrscheinlich zu nett für die Berliner. Na klar. Was stehst du denn da so bescheuert? Also. Nee. Ich hätte gerne einmal Schüler. Ich kann auch gerne vieles suchen. Wir kommen jetzt mal mit dem alten Fünfer an. Wir sind im Jahr 2016, Mann. Jo. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin mir bewusst ein bisschen unfreundlich, ja? Und sagt nichts. Passe mich hier meiner Umgebung an. U-Bahnhof Adenauerplatz. Block aus. Block aus. Umsteigenmöglichkeit zur Linie U-7. U-7. Wobei das ja schon mit den parkenden Autos hier auf dem Kudamm. Und zwar nicht nur an, äh, an der Rand hier, sondern wirklich auch auf der Straße. Das ist dann schon ein bisschen eine Herausforderung. Und der Kudamm ist ja auch in real life natürlich eine Herausforderung. Ich weiß gar nicht, wozu ich die Hilfsfälle überhaupt heute anhelle. Soll ich mal vor der Baustelle halten? Ein bisschen verarschen hier, die Fahrgäste. Ich bin heute nicht so gemein. Hier, weißt du, du musst einfach mal... Stopp, stopp. Komm, 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 komm. Hier, so musst du einfach mal anhalten, ja. Wäre lustig. Was macht der denn hier, Alter? Scheiß Sonntagsfahrer. Echt. Früher scheinen gewonnen, oder was, würde Manfred sagen. Mann, 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 Mann. Und das sind dann meistens so eine Leute, die sich über meinen Fahrstil beschweren, ne? Die so fahren. So, er macht hier auch gerade Kaffeepause auf dem Kudamm. Warum nicht? Penner, ey. Oh rzecz... Rohlebener Klauser, das hilft natürlich auf jeden Fall hier auf dem Kudamm. Hier ist... Wusstet ihr schon, dass der Kudamm... Kudamm im Bezirk Ruhleben ist, ja? Also... Wenn ihr zum Kudamm wollt, würde ich auf jeden Fall empfehlen das U-Bahn auf Ruhleben, ja? Deswegen erhält auch die hier 130 hier ganz in der Nähe. Na klar, ja. Nein. Also das nervt, wenn du hier die Ruhleben der Klauser auf dem Kudamm hast. Also Leute, ne? Habe ich schon mal realisiert, dass hier so viele spannende Objekte sind. Das ist furchtbar. So. Habe schon wieder Angst hier. Alter, der erlaubt sich hier was. Einfach mal so rüberziehen. Zwei Spuren rüber. Ne, du. Echt. U-Bahnhof U-Landstraße Umsteigenmöglichkeit zur Linie U1. Ist doch klar. Also mit der U1 ist, glaube ich, jeder schon mal gefahren. Kann man ruhig mal machen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Dankeschön. Ich meine, zwei von zwei Fahrgästen haben mich gegrüßt gerade, ne? Also, Respekt. So, hier ist Burger King. Ja, sieht man. Gefälscht das Burger King-Logo. Oder halt Meckles. Oder halt Meckles. Aber... Hat man schon gesehen, dass das Burger King hier gefälscht ist. Das Logo. Meckles ist ja auch teilweise mit dabei. Hier auf der Karte. Habe ich schon gesehen. U-Bahnhof Kurfürstendamm. So, diese alten Busse hier sollen die Sightseeing-Busse darstellen. Das Fly-Bussehs hat sich gleich wieder problematisch. Punkt. um das ist ein schönes von der hier das nehmen wir doch gleich mal hier ich muss ernsthaft mit dieser scheiß bus wieder hochgesinkt hat er das ist furchtbar nicht sofort für freigabe kann ich jetzt irgendwo einstellen dass der bus hier nicht absinkt wäre schön ich habe jetzt aber keine lust zu weil wir gleich in der endstation sind europa center europa center bei nacht ist auch geil da sind wir auf der m29 gefahren m19er und m29er sind ja 24-stunden-linien die aber in der nacht nicht mehr mit doppeldecker bus befahren werden so man hat natürlich auch keine saturnizenz deswegen hier spiegelverkehrt ohne s es wäre richtig halt nur dass es ist eben weg so seht ihr davon ist schon das erste weiße auto also es wird ja zeit schnell die folge zu beenden gut dass seine endstation sind weil bald eskaliert hier wirklich wieder alles ich glaube da vorne ist dann auch schon die karte zu ende also ich habe ja gesagt sobald du in die region zu europa center kommst nur weiße objekte hier also es fängt an dass die ersten autos weiß werden irgendwann wird er mein bus weiß irgendwann wird die ganze welt weiß werden häuser weiß wollten die noch mit so seht ihr da ist schon die anzeige bisschen defekt hier die daisy wollten die mit alter ich nehme euch nicht mit terminus ist ja da drüben muss ich eine runde fahren oder nicht hier hier hinten muss ich drehen genau hier haben wir die folge gestartet genau die m29er alles klar ich wollte schon sagen auf ein bisschen davon ist ob ich die Welt dann noch zu Ende wieder Herr oder ja okay es aber doch nicht wie gehen mein Problem hier sondern das ist allgemein so weiter nur so ein Scheiß Backdrop ist so dann verabschiede ich mich mit dem Blick aufs KDW was auch gut gelungen ist guckt euch das mal an einmal zu früh ja ausgestiegen Kursens KDW hier an ja und dann war's das für heute vom Xenadon wir sehen uns beim nächsten Mal wieder dann denke ich mal auf einen anderen Karte oder ihr habt euch noch was gewünscht hier ansonsten sehen wir uns dann wie gesagt bei irgendeinem anderen Video wieder macht es gut einen schönen Tag noch unten links wie immer Kanal abonnieren wisst ihr doch ne rechts noch mal hier den M29er natürlich guckt euch den mal an war ein super Video gerne mal reinklicken haut rein macht's gut ciao ciao Bis zum nächsten Mal.